Fünf fatale Fehler, die ich damals als Beauty-Artistin gemacht habe und diese definitiv rückblickend gerne eher vermieden hätte. Und zwar war einer der ersten großen Fehler, dass ich auf jeden Fall ja nicht mich für die richtigen Dienstleistungen entschieden habe. Ich habe damals zu meiner Zeit, als ich in der Beauty-Branche begonnen habe, mich natürlich auch, wie wahrscheinlich viele andere auch in der Branche, mich mit auch sehr vielen kleinen 0815-Dienstleistungen beschäftigt. Das heißt, ich habe nicht nur Wimpernverlängerung, Permanent Make-up und Microblading angeboten, sondern ich habe sogar Lash-Lifting, Brow-Lifting, Mikro-Needling, Gesichtsbehandlung etc. natürlich auch meinen Kunden damals mit angeboten. Und das Problem war zu dieser Zeit, dass ich sehr viel Zeit auch verloren habe mit den Dienstleistungen, die mir wirklich als Unternehmerin oder als Selbstständige damals nicht wirklich Geld eingebracht haben. Und meine berufliche Entwicklung ist oder hatte damals auf jeden Fall darunter auch gelitten. Dadurch, dass ich natürlich diese Zeit nutzen musste, um meine Kunden damals zu bedienen, konnte ich nicht wirklich mich selber weiterentwickeln und vorankommen und mich natürlich auf die hochwertigen Dienstleistungen spezialisieren. Es war natürlich auch so, dass ich auch das Problem hatte, gerade vor allem bei den 0815-Dienstleistungen meine Preise anzuheben, da die Bereitschaft der Kunden einfach immer sehr, sehr gering war, anders als bei den qualitativ hochwertigen Produkten. Daher würde ich definitiv jedem raten, der vorhat, in der Beauty-Branche durchzustarten, dass er sich nicht, wie ich damals, mit diesen kleinen Dingen auch am Anfang beschäftigt, sondern direkt den Fokus auf das große Ganze legt. Also wenn du zum Beispiel jetzt vorhast, wie ich damals auch in der Beauty-Branche nehme oder hauptberuflich zu starten, dann empfehle ich dir auf jeden Fall in diesem Video, dass du das machen solltest, aber wirklich dann, wenn mit der Wimpernverlängerung, mit dem permanent Make-up und mit dem Microblading. Denn wirklich auch dieses, eine Kosmetiklehre zu durchlaufen oder auch, wie ich zum Beispiel damals, eine Kosmetikfortbildung ist einfach rausgeworfenes Geld und einfach Zeit, was auf der Strecke liegen bleibt. Und Zeit ist halt nun mal Geld, denn wenn du deine Zeit nicht richtig ausschöpfst, wirst du halt eben nicht die Umsätze generieren, die du vielleicht bräuchtest, um irgendwann diesen Übersprung zu schaffen, auch hauptberuflich davon leben zu können. Mein zweiter fataler Fehler war, dass ich damals auch einfach in die falschen Produkte investiert habe. Zu meiner Anfangszeit hatte ich natürlich, wie vielleicht viele andere auch, in schlechte Schulungen investiert, wo ich auch nicht wirklich Produkte mit an die Hand bekommen habe oder beziehungsweise Produktempfehlungen mit auf den Weg bekommen habe. Das heißt also, ich musste als Quereinsteigerin damals selber schauen, dass ich mich auf dem deutschen Markt umsehe, einfach mal vergleiche, welche Marken gibt es, welche Produkte gibt es, worin unterscheiden sich die Produkte. Und das Ganze ist nicht nur mit extremer Recherche verbunden, sondern natürlich auch wieder greift das Ganze tiefer bei uns ins Portemonnaie. Denn ich damals musste dann natürlich nicht nur nach langer Recherche, sondern nach langem Probieren auch feststellen, dass das Ausprobieren natürlich auf langer Sicht auch sehr kostspielig ist. Denn man musste ja immer wieder in unterschiedliche Produkte investieren. Von 10 Euro bis 1000 Euro war wirklich alles dabei. Gerade vor allem im Bereich des Permanent-Makers habe ich so viel Geld für Equipment ausgegeben, wie zum Beispiel Geräte, die am Ende des Tages für mich als Artis einfach nicht zumutbar oder nutzbar waren. Und das Ganze war für mich auf jeden Fall eine richtig große Fehlinvestition, die ich dir gerne als Ratschlag mitgeben würde, diese zu vermeiden. Es ist so wichtig zu lernen und zu verstehen, in welche Produkte man investieren sollte. Ich zum Beispiel heute habe einen sehr, sehr guten Shop. Das heißt, bei uns gibt es auch die Möglichkeit, dass unsere Schüler auch online bei uns im Online-Shop direkt einkaufen können, wo sie die Möglichkeit haben, sofort mit qualitativ hochwertigen Produkten zusammenzutreffen. Und meine Schüler lernen zum Beispiel auch in meinem Training, meine Produkte auch richtig anzuwenden, sodass sie genauso tolle Ergebnisse hinbekommen wie ich. Denn Ergebnisse sind halt einfach ausschlaggebend dafür, auch weitere Kunden zu finden. Und somit kommen wir sogar direkt schon zum dritten fatalen Fehler. Das sind die Bilder. Denn damals zum Beispiel war es so, dass es mir sehr wichtig war, sehr tolle Resultate mit meinen Kunden zu haben. Und das habe ich auch immer geschafft. Nur das Einzige, was ich dabei immer wieder vergessen habe, ist, meine Arbeit so richtig zum Vorschein zu bringen. Meine Arbeit natürlich auch richtig zu vermarkten. Und gerade für dich als Quereinsteigerin oder Anfängerin, sogar vielleicht als berufserfahrene Artistin, wenn du nicht verstehst, wie du deine Arbeit so richtig hervorheben kannst, auch natürlich in Bildmaterial, dann wirst du dir natürlich langfristig auch sehr schwer tun, weitere Kunden zu gewinnen. Denn gerade die Vermarktung ist sehr wichtig. Natürlich ist es schön, wenn alle deine Kunden zufrieden sind und in Live mit tollen Ergebnissen rumrennen. Nur ist das Problem, dass neue Kunden Live-Ergebnisse sich gar nicht anschauen könnten am Kunden direkt. Das heißt also, neue Kunden sind darauf angewiesen, dass du deine Arbeit repräsentierst. Wenn du also nicht weißt, wie du das tun kannst, könnte das große Einbußen dir bringen. Das heißt, es könnte dazu führen, dass du vielleicht weniger Umsatz generierst, weil du einfach keine schönen Fotos hast. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass deine Bilder extrem retuschiert sein müssen oder dass deine Bilder irgendwie extrem übermäßig bearbeitet werden sollen. Nein, sondern es soll einfach heißen, lerne zu verstehen, wie du deine Bilder perfekt fotografieren kannst. Achte auf Details, leg die Haare schön zur Seite, bürste einmal die Haare deiner Kundin durch, leg das Ergebnis so zum Vorschein, dass es einfach ästhetisch und authentisch einfach aussieht. Und dann mit einer minimalen Retusche kannst du wirklich dann dazu führen, dass es nicht nur professionell aussieht, sondern auch einfach so ästhetisch, dass man gerne auch zu dir kommen möchte. Und vor allem ist auch unglaublich wichtig, nicht nur tolle Fotos zu machen, sondern natürlich auch seine Live-Resultate in Videoaufnahmen festzuhalten. Vor allem gerade in der heutigen Zeit, wo Social Media einfach nur mal alles ist, hast du so viel Möglichkeit, die Videos hochzuladen, sei es auf TikTok, Facebook oder Instagram. Das wäre also rausgeworfene Zeit, wenn du das nicht machen würdest und auch rausgeworfenes Geld. Denn ganz ehrlich, Leute, heute mittlerweile kostet es dich nichts, ein Video irgendwo hochzuladen und damit kannst du sogar noch kostenfrei Kunden generieren. Das ist einfach grandios. Also das sind wirklich drei Fehler, die ich damals als Anfängerin gemacht habe. Rückblickend hätte ich mir natürlich auch gehofft, dass jemand, so wie ich heute, auch mal tacheles spricht und einfach mal erklärt, worauf es zu achten ist. Ich kann dir auf jeden Fall nach sehr vielen Jahren Berufserfahrung diese Tipps dir mitgeben auf deinem Weg. Versuch, die wirklich noch mal zu verinnerlichen, also noch mal zusammengefasst. Überleg wirklich noch mal ganz gut, für welche Dienstleistung du dich entscheidest. Schau wirklich, dass du dich gut vermarktest mit deinen Resultaten und schau, dass du zuverlässige Produkte findest, die dich wirklich dazu bringen, dass du noch bessere und noch perfektere Arbeit eben erzeugen kannst. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Tipps konnten dir noch mal helfen. Du kannst natürlich sehr, sehr gerne auch hier meinen Kanal abonnieren. Ansonsten kannst du mir gerne, um up to date zu bleiben, auch bei Instagram oder TikTok folgen. Und dann freue ich mich schon sehr, dich sehr bald wieder in einer meiner nächsten Videos begrüßen zu dürfen.